Heute habe ich euch was ziemlich besonderes mitgebracht, und zwar wie man Spargel im eigenen Garten anbauen kann. Zum einen habe ich hier eine altbewährte deutsche Sorte, die violett ist, und hier eine altbewährte französische Sorte, die eher im grünen Bereich liegt. Und hier habe ich noch was ziemlich besonderes mitgebracht aus Italien. Dort nennt man ihn Wildspargel, obwohl es eigentlich kein richtiger Spargel ist, sprich man kann keine Stangen ernten, sondern man kann praktisch dieses Kraut einfach in Pasta-Gerichte mit einfügen und hat dann trotzdem einen sehr intensiven Spargelgeschmack. Was ihr beachten müsst, wenn ihr Spargel bei euch anbauen wollt, das zeige ich euch heute in diesem Video. Hier seht ihr eine junge Spargelpflanze aus dem Fachhandel, die jetzt auf jeden Fall umgetropft werden muss. Dazu löse ich den Wurzelballen ganz vorsichtig und behutsam eben aus dem Topf. Und an der Farbe der Wurzeln kann man übrigens erkennen, ob die Pflanze gesund ist. Sind die Wurzeln weiß, dann ist alles in Ordnung. Und die Pflanze setze ich jetzt in einen neuen Topf mit frischem Substrat und fülle das eben bis oben hin auf. Und um den Spargel zu stabilisieren, bringe ich noch einen Stab, an der ihn stützen soll. Bis zur ersten Ernte dauert es meistens ein paar Jahre, aber bei guter Pflege und regelmäßigen Wassergaben könnt ihr euch dann lange an dem Königsgemüse erfreuen. Vielleicht hat jetzt der ein oder andere Lust bekommen, Spargel bei sich im eigenen Garten anzubauen. An sich ist es schon eher was für den fortgeschritteneren Hobbygärtner, der auch etwas geduldig ist, denn von der Aussaat bis zur Ernte dauert es mindestens drei Jahre. Zwar sieht man nach dem ersten Jahr schon hier die Pflanze wachsen, aber bis man die Stangen wirklich ernten kann und bis die sich richtig am Standort etabliert haben, dauert es ungefähr drei Jahre. Deswegen sollte man diese Zeit auf jeden Fall abwarten. Falls richtige Spargelexperten hier unter uns sind, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn die ihr Wissen in den Kommentaren teilen würden. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik 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 Musik